so moin leute es geht weiter mit unserer luna länder serie das vierte teil jetzt wir haben uns letztes mal angeguckt was dieser luna man länder und ob er da um was machen können und nachdem ich um die danach noch mal ein bisschen durchgeguckt habe stelle ich fest das ganze ding ist aufgebaut als wäre ich kann da keine schleife draus machen oder sowas weil das im konzept her ein wie nennt sich das noch mal eine state machine ist das heißt es hat verschiedene zustände und springt von zustand zu zustand und werden wir zwar um die eine haupt schleife haben mit repeat until also praktisch eine endlos schleife können wir um wie viele andere sachen diese labels nicht zu machen zum beispiel dieses mit der main loop ist kein main loop sondern das ist genau genommen ist das der outcome wenn man so will das ist die ausgabe was passiert und danach springt er dann in verschiedene andere zustände also try again um zu sagen das heißt dieses alles was main loop heißt hier müssen wir eigentlich um bauen das machen wir jetzt mal hier so wir sagen wie das wir setzen den gesamten kram search replace main loop in outcome nenne ich das einfach mal machen meine globales suchen ersetzen und das war das dass ich aber hier mit wim das ist ein editor auf linux und das ist der outcome state so und das ist und wir machen das jetzt gleich mal so dass wir das ein bisschen kommentieren damit das irgendwie halt um die vernünftig da steht so das ist ja eine simulation und wenn wir praktisch an diesen wenn wir hier um die durch diesen outcome durch sind dann springt er überall wieder auf 3 again oder läuft hier weiter in der nächsten im weg hier gleich weiter in den nächsten state oder kommt da gar nicht hin weil er springt auf jeden fall er springt hier auf jeden fall raus also er springt nach 3 again 3 again 3 again und 3 again das heißt das sind die verschiedenen möglichkeiten kleiner gleich 12 dann kleiner das würde man zum beispiel hier auch als 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 er eigentlich machen das ist ein elf das ist eigentlich kein elf sondern das ist ein elf das heißt es ist irgendwie im prinzip so eine so ein sprung über verschiedene zustände das heißt es ist kleiner als 12 dann ist ein perfekt landing es ist kleiner gleich 10 das ist immer noch gut wird es kleiner gleich 60 ist dann um wie ist das fahrzeug zerstört und ansonsten hat man eine schrottlandung gemacht und hier haben wir natürlich sicher奇怪 was Fore discover schreib mir das mal richtig das sind hier wohl um welche fehler entfernt fans und die boston dadurch euro eine kreative koto kennen so das heißt hier haben wir um wo das ende von dem stage so und da können wir auch jemand schreiben und dieses ding das bringt irgendwie praktisch rein das kann ich so dann haben wir hier einen anderen stage und was dieser state macht das ist mir jetzt irgendwie nicht ganz klar das gucken wir uns mal kurz an erst mal gucken uns an woher er angesprungen wird das ist der level 3 40 so der ist hier und der ist hier das heißt er springt hier zurück und das ist er kommt von hier von continue dorthin okay so das ist wohl irgendwie ein simulation step oder sowas wenn es kleiner 5 e minus 3 das heißt es sind fünftausendste go to outcome und ansonsten ist das hier ein simulation step das ist das ist wohl ein simulation step der so lange läuft bis hier dass dieses repeat until ist eigentlich keine repeat until sondern das ist eine weil du schleife weil die bedingung wird am anfang abgefragt und das machen wir stellen wir mich jetzt irgendwie einfach mal um also das ist eine war du schleife die also er springt raus wenn das ding kleiner ist das heißt wir machen hier aus dem größer gleich du und wenn das ding durch ist dann geht da unten go to outcome zum nächsten zum nächsten stage und hier unten kommt natürlich ein end hin so das ist die eigentliche strukturierte sache die wir hier haben und wie heißt das ding das ist simulation step würde ich sagen und was ist diese 370 das ist auch ein simulation step aber das ist ein simulation main würde ich sagen ich nenne das jetzt einfach mal um und zwar punkt gehe auf alles suche ersetze 340 gegen simulation main so und das global und damit habe ich jetzt um wie praktisch den ganzen kram was ich wieder ein weiteres label habe ich ersetzt und da das sind da das eine state machine dass sie von state zu state geht brauche ich hier diesen goto auch nicht entfernen weil das tatsächlich das ist korrekter aufbau das heißt irgendwie für diese zwecke ist goto da um state machine zu bauen und zwar nur dafür um wie kann man es vernünftig benutzen die meisten anderen fälle und wie kann man anders lösen also state machine könnte man nicht in luhr auch in einer mit einer sogenannten wie heißen dinger noch mal mit einer coroutine machen können oder so etwas aber das ist ja eigentlich schon ganz gut also mit goto das zu machen ist schon nicht so unsinnig weil man das ist relativ übersichtlich man hat praktisch die sprünge um wie direkt hier drin und das hier ist also simulation main state simulation main main routine for simulating main routine for simulating drop of spaceship of lander of lander So, und hier unten ist der State zu Ende, and State, so, wie man sieht, springt er irgendwie praktisch aus diesem Zustand, zu dem nächsten Zustand, das wäre jetzt der Outcome nach dieser Geschichte und jetzt können wir sagen, was macht er hier bei 3,70, das ist auch wieder ein State, glaube ich, sieht nicht aus wie irgendwas anderes, da müssen wir mal gucken, was das ist, erstmal müssen wir suchen, wo er herkommt, wir suchen nach L3,70 und gucken uns mal an, aus dieser Continue Schleife, Continue Schleife ist nicht Continue, das ist irgendwas anderes, das ist auch ein State, da müssen wir gleich nochmal ran, also der macht, das ist der einzige Zustand, der springt von hier oben da unten rein und dann geht er wieder in Continue, also das ist hier eigentlich ein Simulation Main, das ist GoToContinue, Continue ist, ich weiß nicht, ob das Continue richtig ist, also ich weiß noch nicht genau, was das macht, da müssen wir uns die Formeln für angucken. TryAgain ist ein Zustand, den können wir jetzt auch immer, den können wir hier rausnehmen, das ist State, State, try again, ask to repeat the process. Okay, so, das ist ein relativ einfacher State, der irgendwie nicht so weit als TryAgain springt und dann springt er zurück eigentlich mit UntilFaults in unsere Hauptschleife, so, das können wir so lassen, diese Repeat Until, das ist sozusagen irgendwie okay. Wir haben PrintVal, das ist ein State, der irgendwie direkt rüber geht in Continue, Continue ist, das ist genau genommen, ein State, Warum ist das hier eingelebt, das ist Continue, das hier, dann muss dieses ganze Ding hier, dieses ganze Ding, um das irgendwie praktisch, um was zu sehen, das ist keine Unterroutine von einem anderen, sondern das steht für sich selbst und ist definitiv nicht eingerückt. Das heißt, da müssen wir irgendwie die Eindruckung zurücknehmen, das habe ich gerade gemacht, ich habe ihn praktisch auf das selbe Niveau gesetzt, wie die anderen, ähm, die anderen States, äh, weil das einfach nur ein weiterer State ist. Das heißt, der springt praktisch von hier aus, implizit, äh, inStateOutcome, äh, nextState, nextState, nextStateOutcome, endState, äh, wie hatten wir diesen State genannt? Und Continue, das ist aber irgendwie, eigentlich ist das nicht Continue, sondern das, dieser State heißt anders, äh, dieser State heißt, ähm, das ist auch wieder so ein Berechner, der hier, ähm, checkt ab, ob, ähm, unsere, ob die Spritz, äh, Check, äh, State, äh, CheckFuel. So, und das, äh, dieses Continue ändern wir nämlich jetzt mal irgendwie und wir ändern das und sagen, das Ding soll heißen, Continue, äh, soll heißen, CheckFuel. Das ist nämlich genau das, was hier passiert, wenn ihr euch das mal genau anguckt, ähm, ähm, er guckt, ob, äh, äh, noch irgendwie Treibstoff da ist und, äh, springt dann entsprechend raus. So, deswegen ändern wir jetzt Continue auf CheckFuel und damit haben wir den, die verschiedenen Sachen da, äh, das hier ist natürlich, ähm, auch wieder ein Ende eines States. Der State ist hier und sollte, äh, so, sollte weg sein, so, dieses Ding hier ist, until, das ist richtig, äh, ja, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles, wir haben fast alles umgesetzt, ähm, was irgendwie noch fehlt sind irgendwie unsere beiden Simulationen, die wir haben, äh, äh, also bei den Funktionen, die wir momentan noch mit dem Label benannt haben, das wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das rausfinden würden, was die Dinger machen, ähm, also ich bin noch ein bisschen unglücklich über unsere verschiedenen Variablen, die sind irgendwie einfach nur sehr, sehr kurz benannt und da müssten wir eigentlich mal, ähm, die vernünftig benennen, aber das ist gar nicht so einfach, weil die, äh, alles in Großschrift ist und die muss man raussuchen, naja, gucken wir mal, was wir da machen können. Also, ähm, ähm, A ist, äh, 120, das sind, wenn ich das richtig sehe, sind das die, äh, Meilen, ne, Meilen, also es sei so, folglich, das ist die, äh, das ist die, äh, das ist die Flughöhe, ne, das ist, äh, und wir setzen das jetzt mal einfach um, dass wir das, äh, in eine lesbare Variable, also A in eine lesbare Variable ändern. Und, äh, und, äh, dann natürlich Altitude nenne ich das Ding mal, ne, alt, so, jetzt gucken wir mal, dass wir, ähm, das, äh, Suchen und Ersetzen, möglichst überall, wo A auftaucht, Altitude, 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 und, ähm, ähm, weiß nicht, wo, jetzt müssen wir mal suchen, wo wir, wo wir das überall finden, A, da ist A, und da können wir jetzt sagen, äh, Search, 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 A, also Replace nach Alt, und da müssen wir jetzt mal gucken, ob das funktioniert, ähm, ähm, und was soll ich gefunden, also wir haben auf jeden Fall alle A's jetzt irgendwie angemerkt, und das heißt, wir können sie schön finden, das müssen wir jetzt wohl doch irgendwie sehr, äh, ähm, von Händisch machen, weil wir hier so viele Schrift drin haben, die wir hier nicht ersetzen dürfen, ähm, ähm, dass wir jetzt hier irgendwie ganz, äh, locker mal durchgehen, und, da müssen wir dann wohl mal Händisch da reingehen, damit kriegen wir die verdammten, unlesbaren Variablen aus dieser, die immer noch aus dieser Zeit sind, bekommen wir dann ein bisschen eine Kontrolle und können dann daher sehen, was die unsere Formeln hier eigentlich machen, weil momentan kann man das kaum sehen, weil das, äh, also, wenn ihr, ähm, solch, deswegen machen wir den ganzen Kram, dass wir uns jetzt angucken, wie sieht eigentlich so ein altes Programm aus, äh, was ist schlecht an diesem Programm, wir können nicht sehen, was dieses Programm macht, da ist keinerlei Dokumentation drin, da ist keinerlei Struktur drin gewesen, das war ein reiner, äh, ein reiner Bandwurm-Code, ähm, wir haben jetzt, äh, Struktur reingebracht, wir haben festgestellt, das ist eine State-Maschine, die aus verschiedenen, also, Goto ist unvermeidbar, dieser State-Maschine, die State-Maschinen werden immer ganz gern genommen in Spielen oder in Simulationen, weil es gibt praktisch einen bestimmten Zustand, in dem das ist, wie sagen wir mal, äh, 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 die, 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 das Ding fällt, zum Beispiel, ist dieser Länder fällt, äh, dann kommt die, äh, 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 dann wird praktisch die Veränderung der Variablen vorgenommen, dann geht er wieder in den Zustand, äh, 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 Fallen, dann checkt er ab, um, wie, ob zum Beispiel sowas ist, wie der Sprit aus ist, dann geht er in Sprit aus, dann geht er irgendwie, dann checkt er ab, ob der Zustand, irgendwie er crasht auf dem, äh, äh, Boden stattfindet oder sonst irgendetwas und so springt er von Zustand zu Zustand, äh, Zustand zu Zustand und, ähm, so sind, ähm, zum Beispiel auch viele Assembler-Programme, äh, geschrieben, weil eigentlich irgendwie fast alle, die springen eigentlich in verschiedene Zustände, aber gibt es irgendwie im Prinzip sowas wie eine Funktion oder sowas gibt es nicht. So, das waren jetzt, glaube ich, alle, äh, Alt, ähm, Variablen, alle A-Variablen und, ähm, ähm, deswegen gehen wir mal in die nächste Variable, das ist V. V ist in diesem Fall Alt. Ist Alt wirklich, äh, Alt, 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 ja, Alt war Alt, genau. So, dann haben wir als nächstes, haben wir V, V ist Velocity, ähm, ähm, also wir suchen jetzt einfach mal V, wir suchen mal V, und, ja, jetzt haben wir V markiert, das heißt, wir können es übersehen, und wir setzen, wir setzen das Ding gegen Velocity, also gegen Well, damit wir das, äh, in Zukunft dann, äh, vernünftig verstehen können, was V eigentlich heißt hier. V heißt nämlich irgendwie Geschwindigkeit, also nehmen wir uns eine Variable, wir müssen uns, man muss das nicht irgendwie völlig ausschreiben, äh, das hier ist irgendwie Velocity Quadrat, und das schreiben wir eigentlich am besten auch gleich rein, dass das Quadrat ist, ähm, äh, Quack, was haben wir jetzt gemacht, zack, und Quadrat, dann brauchen wir das nur einmal aufzurufen, so, hier haben wir wieder Velocity, Velocity, wie ihr seht, ich habe die Formel ein bisschen abgewandelt, irgendwie in Quadrat, das, äh, ist ein bisschen besser, als das, was vorher war, haben wir hier noch irgendwo Velocity, äh, als Variable, da ist noch Velocity drin, hier haben wir wieder eine Velocity, also das ist irgendwie ein typisches, äh, V Quadrat, äh, Ding, das hier irgendwie abläuft, ähm, das klingt nach einer typischen Formel aus der, ähm, aus der Physik, äh, freier Fall, ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet, ähm, aber das ist definitiv irgendwie sowas, so, und hier oben, hier oben greift er auch irgendwie in diesen Funktion, in diesen Unterroutinen, greift er auf diese Variablen als globale Variablen zu, das gefällt mir auch nicht, äh, das heißt, wir haben einen Satz von Variablen, auf denen wir überall zugreifen, und man könnte das lokal machen, und das hier ein bisschen, ähm, äh, einschränken, dann könnte man aber auch sagen, was machen diese Funktionen hier eigentlich, ähm, ähm, weiß ich momentan noch nicht, so, ich glaube, das waren alle Vs, äh, dann wollen wir mal gucken, dass wir, äh, die nächste Variable nehmen, das haben wir, Velocity hatten wir, m, m, m ist in diesem Fall, ähm, 13, 100, das sieht irgendwie aus wie Maß, das ist die Gesamtmasse, wir suchen mal wieder, wir suchen mal wieder aus, dass wir m markieren, damit wir es nicht irgendwie übersehen, das heißt, wir nennen das Ding hier m für Maß, und, ähm, so, mal gucken, wo wir es überall finden, Maß, also, wie ihr seht, hier kann man den, äh, hier kann man den, den Kram, ähm, jetzt besser lesen, weil irgendwie praktisch mit sowas, aber die Sache ist die, warum haben die das mit enormen einfachen Buchschaben gemacht, Basic konnte nur einfache Buchstaben als Variablen haben, äh, ich glaube, zwei Buchstaben war das Maximum, als das m, n oder sowas, und das war's, äh, deswegen sind die so spärlich mit dem Variablen-Namen, das haben wir heute nicht mehr nötig, heute können wir irgendwie Variablen nehmen, die irgendwie praktisch ein bisschen besser sind, man kann es auch übertreiben und tierisch lange Dinger schreiben, aber, wenn man das macht, dann, ähm, hat man das Problem, dass die, ähm, so, hier haben wir, dann haben wir das Problem, dass das, äh, zu viel Code wird, und das wird immer länger, und länger, und länger, und man überlebt, äh, man, äh, verliert die Übersicht über den, weil, was, äh, zu viel Code ist, das heißt, man muss sich ein bisschen, äh, ähm, entscheiden zwischen, ähm, äh, äh, zwischen, zwischen, in der Menge an Characters, und, äh, also kurze Characters, also kurze Variablen-Namen sind übersichtlich, man hält die Formeln kompakt, sodass man sie, wenn man mit einem Auge drauf guckt, in einem Stück die Formel übersehen kann, was dort eigentlich stattfindet, also das hat eben den Vorteil mit diesen, äh, Formeln, dass man, äh, mit einem Blick sehen kann, theoretisch, was dort passiert, aber das Problem ist eben, äh, man übersieht zwar das mit einem Blick, aber, ähm, ähm, man muss wissen, was diese Sachen bedeuten, und deswegen ist das eigentlich ein gängiger Kompromiss, den man, um, wie angeht, dass man, äh, 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 Variablen ein bisschen länger macht, und dem ein bisschen Sinn gibt, hier haben wir auch noch mal Maß. Also das sind solche kleinen Tricks, die ich jetzt hier mache, dass ich die, ähm, einfach, äh, markiere, äh, durch diese Suche, und damit, irgendwie fallen sie sofort ins Auge, und das war jetzt Maß. So, ich speichere das noch mal ab. So, dann haben wir hier N, das ist, ähm, 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 die sagen hier, das ist, äh, Fuel, um, das ist, das ist die gesamte Masse offensichtlich gewesen, die ist M, N wird wohl Fuel sein, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, hier hinten sprich, hier hinten drückt er aus, äh, LB Fuel, das heißt, das ist, äh, Leergewicht würde ich sagen, weil Mass minus Leergewicht ist Fuel, ja, Mass minus Leergewicht, das heißt, das ist Empty Mass, würde ich sagen, das ist E-Mass, also N ist E-Mass, ich nenne das jetzt einfach mal E-Mass. So, wir markieren das wieder, E-Mass ist E-Mass, also Empty Mass, ich glaube, das kann man irgendwie verstehen. Und damit haben wir, damit können wir praktisch die, äh, hier wird praktisch mit der Mass minus E-Mass, das ist praktisch Fuel Mass, das wird damit ausgerechnet, ne? So, so, E-Mass, was ist hier noch? Hier kann man weiterspringen, ob der noch irgendwo ist. So, hier unten haben wir sie alle durch. Äh, ich sehe jetzt kein N mehr, kein N, kein N, kein N, kein N, kein N in der Variable, nirgendwo, oben in den Formeln ist das vielleicht noch drin, auch nicht. Nein, hier oben interessiert nur die gesamte Masse, die da ist. Ähm, was interessant ist, dass hier nur die gesamte Masse, ähm, genommen wird, und nicht die Masse ohne Treibstoff. Das ist, irgendwie sieht es aus wie ein Fehler hier. Aber egal. Das sind, also man sieht dann irgendwie halt sofort, also ich sehe sofort Fehler hier an der Stelle. Wenn das in irgendeiner Weise eine physikalische Gleichung ist, kann das nicht sein, weil sich die Masse die ganze Zeit verringert, dadurch, dass wir Treibstoff verbrennen. Aber das hier kann nicht sein, das muss ein Fehler sein. Ähm, aber das ist eine Vermutung von mir, ich sage, das ist einfach so. Ähm, so, aber das war es eigentlich auch schon. Ähm, die... Ja, das war es. Okay. Und jetzt gehen wir mal hin, und nächste Variable. Die Masse haben wir jetzt G. G ist in dem Fall, äh, das weiß ich nicht genau, das ist irgendwie ein, äh, tausendstel. Und ein tausendstel, also E, äh, 1, E minus 3 steht hier. Ich schreibe das mal ein bisschen um. Ich nehme mal ein kleines E, das ist irgendwie besser zu sehen. Also das ist hier ein tausendstel, also 10 hoch minus 3. Also 1 mal 10 hoch minus 3. Und, ähm, das würde ich sagen, das ist die Step, das ist praktisch G, ist, äh, die, äh, die tausendstel. Das ist ein, die, äh, die, äh, die... Also wenn wir mal die, äh, die Simulation angucken, ähm, hier ist sie nicht. Denn hier ist sie drin. Ähm, da sieht sie aus, als wenn das, ähm, die Step Size unserer, äh, Simulation ist. Hier kann man zum Beispiel auch sagen, hier wird der, äh, hier wird irgendwie hochgerechnet und durch diese, äh, Sache geteilt. Ähm, das sieht, ja, das sieht nach Step Size aus. Also ich, äh, nenne das einfach mal Step. Geh nenne ich jetzt hier einfach mal Step, weil das ist, äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was es ist. So, einmal kurz markieren von allen Gs und wir gehen nach oben und ich benenne das einfach mal um, Step. Step. Also ein tausendstel, er rechnet wohl offensichtlich die Simulation in tausendstel Sekunden um. Ähm, ähm, und, ähm, das ist das, was Step macht. Und Step ist mit einer tausendstel Sekunde angegeben hier. Und, ähm, das sehen wir auch gleich, wenn wir die, äh, wenn wir die verfolgen. Hier sehen wir zum Beispiel, Velocity ist Velocity plus Step mal Geschwindigkeit, ne? Also das ist, äh, also praktisch die, äh, Beschleunigung. Also, was ich weiß, ist, also praktisch Step ist, ähm, 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 tausendstel Sekunde mal Beschleunigung. Und das hier, S ist wahrscheinlich die Beschleunigung. Gucken wir gleich mal. Schade, dass man das nicht automatisch machen kann, aber wenn man das macht, das können wir dann nachmachen. Nachdem wir diese Variablen, solche Namen gegeben haben, können wir sie immer noch jetzt im Großen und Ganzen umbenennen, weil sie unabhängig von dem Text sind, aber momentan geht das noch nicht, weil diese Variablen und der Text alle gleich sind, also hier, G steht ja über. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir das G irgendwo übersehen haben, irgendwo, wenn wir das nicht getan haben, dann gibt es gleich irgendwelche Fehler, sieht aber irgendwie okay aus, wir haben es nicht übersehen, okay. So, dann wollen wir mal gucken, also meine Vermutung ist, was ist Z? Z ist 1,8, das sieht nach der Gravitation aus vom Mond, ich weiß es nicht. Das Problem ist, wir haben hier die Rechnen in bescheuerten imperialen Einheiten, das heißt nicht metrischen Einheiten, das ist, wir können nicht mit 9,81 angehen, zu sagen, oh ja, das ist die Erdanstimmungskraft, man kann es nicht sehen, man kann es an den Werten hier nicht sehen, weil das irgendwelche Fuß pro Quadratsekunden und Farting, keine Ahnung, Acres oder was die komischen Einheiten sind, die die Amerikaner dafür nehmen. Also, da haben sie übrigens interessanterweise, haben sie eine 200 Millionen Sonde, haben sie irgendwie in die Mars-Oberfläche gebohrt, weil sie statt Meter Fuß angenommen haben. Also, sie haben gedacht, dass wer dieses Geräte würde, wurde Möter zurückgeben, wollten den Bremsfallschirm bei so und so vielen Meter auslösen und dieser Scheißhöhenmesser hat Fuß angegeben in der NASA, 250 Millionen, bläm, einfach weg. Also, in der Raumfahrt hat imperiale Systeme nichts verloren, auch wirklich gar nichts. Und dieses Programm hier von 69, naja, ich glaube nicht, dass Werner von Braun irgendwie imperial gerechnet hat, niemals. So, jetzt wollen wir mal gucken, Z. Also, Z ist jetzt für mich jetzt nicht so ganz nachvollziehbar, was das für eine Variable ist. Ich versuche das jetzt mal irgendwie kurz nachzuvollziehen, was hier los ist. Das ist S, die Masse mal Geschwindigkeit durch, also mv durch, also mv durch, z mal k mal w, square root von w, w quadrat, verlassen die z, äh, Masse mal step durch z, ähm, jem, 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 jem. Keine Ahnung, das ist eine gute Frage, was ist z? Ich weiß es momentan nicht, ich lasse es momentan stehen. Äh, ich, meine Vermutung ist, dass es Gravitation ist, aber es ist nicht dokumentiert, es ist null dokumentiert. Und, ähm, diese Zahl, diese Variable sagt ja eben nichts, es ist nur ein bescheuerter Buchstabe. Ich nehme an, dass es die Verschleunigung ist, ähm, also eher dann die Anziehungskraft von, vom, vom Mond in, äh, in, in Fuß pro, also, wie ist es, Kilogramm, Meter, also Kilogramm, nein, äh, Pfund mal Fuß durch Sekunde. Okay. Äh, 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 das muss eigentlich alles am metrisches umgerechnet werden. Das müssen wir dann irgendwie nochmal machen, um das vernünftig zu machen. Also, ich würde sagen, das ist die, die Anziehungskraft. Das heißt, das ist, äh, Grav. Ich nenne das einfach mal Grav. So. So, ich, äh, kann mich damit irren, aber das kann ich ja irgendwie dann, umwieweit ich mich irren sollte, kann ich das, äh, noch ändern. Ich, äh, nenne das jetzt einfach mal Grav und hoffe, dass das einigermaßen hinhalt. Wenn nicht, dann, äh, na, da ist der Nächste. Und wir probieren gleich mal, nachdem wir diese Änderung gemacht haben, ob das Ding auch läuft. Und so kommt man irgendwie halt Schritt für Schritt, äh, an die, äh, Funktion dieses, äh, Programms ran und, äh, weiß jetzt, wie dieses Ding funktioniert, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Und das geben wir nämlich gleich nochmal durch. Also, G, das haben wir irgendwie, also praktisch eine weitere Variable. Wir haben L, das sind Seconds. Also, L ist definitiv, äh, 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 das sind die laufenden Sekunden, ähm, und das heißt, ich markiere mal alle Ls und sage, das sind sechs, ne? Sekunden, die bisher laufenden Sekunden sind das sechs. Und hier haben wir sechs, sechs. Okay. Gehen wir mal durch. Äh, bap, 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 hier haben wir nichts. Da ist nichts, da ist nichts. Okay. Das ist nichts, das ist nichts. Hier sind sechs. Ja, da sehen wir auch irgendwie sechs, sechs. Damit sehen wir uns. S ist Delta S, äh, äh, Delta, Delta T ist das. Also, das ist irgendwie praktisch die, die Zeit, die dazu, die dazu gegangen ist. Also, jetzt werde ich halt ein Delta T umbenennen. Also, die T. Also, man könnte auch T, das Sex könnte man auch in T benennen. Aber ich mache jetzt mal Sex. Das ist, glaube ich, besser. Ähm, dam, 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 dam. Hier ist, äh, Moon at 6, 6 Seconds. Hatten wir wenig schon, äh, wie unbenannt? Naja, egal. Äh, la, 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 hier haben wir nicht noch überall W mit drin. Ähm, 6, das ist, äh, 11, So. War das schon alles? So. Wo kommt jetzt diese W her? Hatten wir das W hier schon drin? Ne, wo kommt das W her? Ich versuche mal kurz das W, wo das kommt, wo das herkommt. Das muss ja irgendwo deklariert worden sein. W ist 3000, äh, W ist 3600 mal V? Hatten wir V nicht schon benannt? Oh Gott. Oh Gott. Wir haben V benannt. Ich habe es übersehen, äh, dass wir nennen. Ich muss mal kurz eine ältere Version von dem Programm nehmen. Luna 2, wo wir es noch nicht umbenannt haben. Und V, V ist das hier. Da ist V. Das ist also, mal gucken, mal gucken. V ist, V haben wir übersehen. Äh, V war hier oben. Velocity. Okay. Dann müssen wir nochmal V suchen. Und jetzt haben wir irgendwie, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und mal sehen. Äh, äh, da. Velocity. Velocity. Und, ich glaube, das war ein... Da ist noch ein. Hier ist noch Velocity. 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 Haben wir noch irgendwo Velocity? Ne. So, und wo haben wir das W gehabt? Hier nicht drin. Okay. Haben wir das W noch irgendwo? W, 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 W. Da ist W. Und W haben wir noch nicht. Äh, W wird nur hier benutzt. Ne, wird hier auch benutzt. Äh, W, W. Das ist wie... Ja. 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 Okay. Wir machen weiter das nächste Mal. Ich kriege gerade einen Anruf rein. Und wir sind hier eigentlich auch schon wieder um ein Stückchen weiter und so. Na? Das sind 34 Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020